Damit ein recht herzliches Willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal. Aber bevor wir ins Video starten, der Kanal hier wird unterstützt von Leantech und wenn ihr Lust auf ein Produkt von denen habt, bekommt ihr mit dem Hashtag Tomate Code sogar 5% Rabatt. Also Link ist in der Beschreibung, könnt ihr ja mal gucken, vielleicht ist was für euch dabei. Heute wird es um das Thema Hausdurchsuchungen durch Online-Bestellungen gehen. Nein, das fürchten ja insgesamt recht viele Leute, die online sich etwas bestellen wollen und wir werden der Frage heute auf den Grund gehen, ob das jetzt wirklich zu einer Hausdurchsuchung führen kann, unter welchen Umständen und ob das jetzt im Endeffekt für euch relevant ist. Ist es sicher, online zu bestellen? Der klassische Weg ist, sich etwas online bei einem x-beliebigen Shop auszusuchen und zu sich nach Hause zu bestellen. Am besten noch Zahlen per Banküberweisung oder PayPal. Teilweise ist etwas nicht vorrätig, dann muss man zusätzlich bei einem anderen Shop bestellen. Sagen wir, man hat insgesamt drei Bestellungen aufgegeben bei verschiedenen Shops. Nun ist es so, dass wenn man sich etwas bei einem Shop bestellt, dann muss der Vorgang vom Shop dokumentiert werden. Meist wird ein Lieferschein mit einer Rechnung erstellt. Die Rechnungsunterlagen müssen nach deutschem Umsatzsteuergesetz dann zehn Jahre gespeichert bzw. in Papierform abgelegt sein. Das heißt in der Praxis, dass eure Anschrift, Bestellmenge, Kontaktdaten zehn Jahre bei den Shops liegen und theoretisch abrufbar sind. Da müssen jetzt viele von euch wahrscheinlich schlucken und bekommen Paranoia aber keine Angst. Besteht jetzt wirklich die Gefahr einer Hausdurchsuchung bei den Shops? Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Grundsätzlich ist es nicht so, dass die Polizei random Kundenlisten von Grow Shops bekommt. Und dazu muss es nämlich erstmal einen richterlichen Beschluss geben, damit die Vollstreckungsbehörden an die Listen gelangt. Denn immerhin handelt es sich hierbei um Menschen, welche legale Güter erworben haben. In Verbindung mit dem Unschuldsgrundsatz in Deutschland ist das Auslesen von Kundenlisten ein kritischer Schritt für Strafverfolgungsbehörden, welcher ohne weiteres von den jeweiligen Richtern nicht genehmigt wird. Tomate? Aber wenn es nicht genehmigt wird, wieso gab es denn schon so viele Hausdurchsuchungen durch Bestellung? Das hat einen anderen Grund. Meist anderen Grund. Meistens handelt es sich nämlich um die Betreiber der Grow Shops, die Schindluder getrieben haben, die in illegale Handlungen verwickelt waren. Und hier reicht es aus, wenn beispielsweise dem Grow Shop-Betreiber nachgewiesen werden kann, dass er Unterstützung zum Anbau einer Cannabis-Plantage bietet, in Form von Anleitungen, Hilfestellungen und so weiter. Mit dem genauen Wissen, dass der Kunde eine illegale Cannabis-Plantage einrichten möchte. Sobald die Strafverfolgungsbehörden das nachweisen können, in welcher Form auch immer, wurde hier eine Straftat begangen, es führt zu Durchsuchungen beim Shop selbst und natürlich Beschlagnahmung der Kundenlisten. Das kann man eigentlich recht einfach umgehen, denn man sollte sich wirklich einen Shop suchen, der seriös ist, der seit vielen Jahren existiert. Und hier kann ich natürlich Lientek empfehlen und Bloom-Tek. Das sind meine Way-to-Go's. Genau. Diese existieren bereits seit vielen Jahren und leisten sehr, sehr gute kaufmännische Arbeit, so wie es sein sollte. Und da braucht ihr auch keine Befürchtung haben, dass da irgendjemand Schindluder von denen anstellt, weil die tun da ihre Arbeit und das mit vollstem Herzblut und die machen da nichts in der Art. So, wie kann ich denn jetzt das Ganze vermeiden? Es gibt jetzt eine Reihe von Tricks, wie man ohne seinen echten Namen angeben zu müssen, Dinge online bestellen kann. Sodass im Falle einer Kundenlistenauswertung der eigene Name mit Adresse nicht auftaucht. Hier ein ganz kurzer Disclaimer, das ist kein Tipp, sondern dient lediglich der datenschutzrechtlichen Aufklärung der Allgemeinheit, also euch. Eine Möglichkeit ist, lasst euren Freund oder Bekannten bestellen. Klingt erstmal zu simpel, ist aber effektiv. Ihr taucht nämlich nirgendwo auf. Sollte es zu einer Hausdurchsuchung bei eurem Freund kommen, der eingeweiht sein sollte in die Aktion, werden die Beamten logischerweise bei diesem nichts vorfinden und werden nach einigen Minuten wieder verschwunden sein. Eine andere Möglichkeit ist, fahrt zum Grow Shop hin, zahlt alles bar. Transportmittel sollte hier das Fahrrad oder ein öffentliches Verkehrsmittel sein. Vor allem, dass keine Kennzeichenauswertung betrieben werden kann. Und dann seid ihr safe. Als Abschluss muss ich noch sagen, setzt ein bisschen logischen Menschenverstand ein. Es wird keiner eine Hausdurchsuchung anzetteln, wegen einem 60x60 oder 80x80 Setup. Also eigentlich, das ganze Privatthema unter 80x80 ist komplett irrelevant für Strafverfolgungsbehörden. Und heutzutage wird da keiner mehr sehr viel Energie reinstecken, Kleinstgrower zu basten. Ja, da geht es eher um größere Sachen, die hochgenommen werden wollen. Die Wahrscheinlichkeit hier ist höher, dass Freunde oder Bekannte, die davon nichts wissen sollten, etwas davon mitbekommen. Und irgendwelche Behörden hinzuziehen, die im Endeffekt dann dafür sorgen, dass die ganze Sache ein Ende nimmt. Also, setzt einfach ein bisschen logischen Menschenverstand ein. Bestellt bei seriösen Shops, vor allem die, die ich euch empfehle. Und treibt keinen Unfug. Ja, dann sage ich mal, stay safe und bis zum nächsten Video. Bis dahin, adios. Bis dahin, adios.